Hallo zusammen, guten Morgen! Lasst uns dann direkt in die zweite Serie von dreien starten. Das muss heute beim ersten Mal sitzen, nur eine Klappe habe ich Zeit, denn gleich wartet der Tag auch noch mit weiteren Aufgaben auf mich. Aber ich möchte euch ja hier auch nicht auf die Folter spannen und vor allen Dingen je weiter das Turnier weg liegt, desto weniger weiß ich noch, was hier überhaupt gelaufen ist. Also auch so kann das jetzt schon für mich die eine oder andere Überraschung geben. Schließlich habe ich diese Serie dann am Montag Abend gespielt. Das waren die Voraussetzungen, eine gute 500er Liste. Ich gehe also davon aus, dass ich hier vielleicht schon am zweiten Tisch oder so sitze, an den vorderen Plätzen gut ins Turnier gestartet bin und deswegen kann ich es hier einigermaßen ruhig angehen lassen. Habe hier gleich vier Trumpf dagegen und die Chance genutzt, meinen Karo Ass zu versenken, denn jetzt kann ich auf den nächsten nachgespielten Herz auch noch die Karodusche freischmeißen. Dann muss ich wohl einfach mal davon ausgehen, gerade aufgrund der Reizung, dass mein Partner auch noch einen zweiten Buben hat und das sollte doch dann jetzt einfach schwer werden für den Alleinspieler. Der hängt da noch mit seinen Trumpf vollen. Ja und Karo hat er tatsächlich nicht, das habe ich mir gedacht, dass er nicht so ein schlechtes Spiel hat, nur fünf Trumpf und dann noch neben Ass Lusche eine 10 zu dritt, dann eher noch ein Ass zu dritt. Deswegen kann ich jetzt hier natürlich ganz locker überstechen, den vollen erstmal mitnehmen, mit der Trumpf 7 zurückspielen. Dann kann mein Partner seine blanke Pik abtragen, denn logischerweise fünf Trumpf, zwei Herz, kein Karo, der Alleinspieler hat hier drei, Pik in der Hand, Ass Dame 7 offensichtlich. Ja, wenn er von unten gezogen hätte, macht er noch einen Stich mehr, das kann er aber nicht genau wissen. Verloren hätte er sowieso. Also hier im ersten Spiel gleich ein relativ schwaches Spiel von Spieler 3 in Mittelhand und das hat er eben gnadenlos verloren, ist aber jetzt gleich wieder mit dem zweiten Versuch am Start. Ja, jetzt habe ich wieder vier Trumpf dagegen, allerdings keine besonders dollen Trümpfe und in der Beikarte kann ich auch noch nicht erkennen, dass da sehr doll was geht. Allerdings, hier sieht man es schon, der Alleinspieler hat offenbar ein Problemspiel, deswegen, also sonst würde er nicht sofort über die Dörfer gehen und naja, einen dunklen Buben hat mein Partner ja auf jeden Fall noch. Und das sieht hier natürlich ganz klar dann wie ein Viertrümpfer aus, dass der Alleinspieler jetzt mit den beiden alten und einem Fünftrümpfer panisch über die Dörfer geht und nicht mal von oben Trumpf zieht, das ist quasi ausgeschlossen. Also es kann hier nur ein Viertrümpfer sein, mein Partner muss noch einen dunklen Buben haben. Soweit schon klar und da wird es auch sofort bewiesen, er spielt den Buben. Ja, und damit wird es jetzt natürlich schwer, wenn Spieler 3 im Beiblatt nichts mehr hat, denn ich kann jetzt seinen letzten Trumpf überstechen. Kreuz 10 auch noch hinziehen. Aha, er steht im König zu dritt im Kreuz, dann macht er hier sogar noch ein Zehen-Augen-Stich, bleibt aber bei 57 hängen. Also, Fehlstart für Spieler 3, zweimal zu weit aus dem Fenster gelehnt und jedes Mal bestraft. Ja, und drittes Spiel, das sollte doch jetzt meins sein, ein sehr schönes Spiel. Lediglich zum Krang ist er mir jetzt dann doch eine Karte wieder zu schwach. Hätte ich den Kreuzbuben statt den Pikbuben etwa, dann wäre der Krang schon unverlierbar, aber so vier Stiche in der Abgabe gegebenenfalls mit den unkontrollierbaren Herz und Dutzenden Vollen, die draußen sind, dann nehme ich lieber den Spatz in der Hand, also den sehr sicheren Herz, da gibt es jetzt bei gleichmäßiger Trumpfverteilung tatsächlich nur einen Stich. Also für mich ein ganz gelungener Auftakt immer wieder in diese Liste. So, bei Spieler 3 haben wir bisher nur schlechte Spiele gesehen, mal sehen, ob sich das jetzt ändert. So, hier ganz klassisch, ich will natürlich nicht mehr ans Spiel kommen, nicht wieder von hinten antreten müssen, der Kreuzbube ist dann nicht mehr viel wert, den kann ich jetzt nach dem Abstich einmal abziehen. Und diesmal ist es ein besseres Spiel, das sehen wir hier, also eine sehr souveräne Beikarte, Ass-10, Ass-Ass, sogar noch das vierte Ass und ein Pikbube, da hat der Spieler diesmal wohl, ja, aus Sicherheitsgründen nicht den Krang gespielt, nachdem er zweimal schlechte Erfahrungen gemacht hat und gewinnt jetzt einen einfachen Karo. Ja, fünftes Spiel, schöner Ansatz ist eigentlich vier Volle, aber 18 wird gehalten aus Vorhand und dann muss ich mich natürlich schon fragen, wenn ich jetzt rankomme, wenn ich weiterreize, was will ich überhaupt spielen? Also wenn ich für 22 rankomme, dann sitzt vielleicht Herz oder Pik blöd dagegen und sehr viel weiter kann ich eigentlich nicht, ohne mich sehr stark aus dem Fenster zu lehnen, vermutlich hat Spieler 3 dann sowieso den Kreuz oder vielleicht den 0, also wenn 18 gehalten wird, dann ist das Spiel plötzlich nicht mehr so dolle. So, und diesmal wird ein Grang gespielt und logisch, der hat natürlich die drei Buben und ja, der hat langen Kreuz, also hier Kreuz 7, ja, eine Wimmelfinte würde ich mal sagen, das ist ja klar, Spieler 2 wird nicht aus dem 10 zu dritt oder König zu dritt im ersten Stich abgeschmissen haben, relativ klar, dass da fünf Kreuz stehen, ich gebe trotzdem mal ein Bild dazu, das ist ja dann sowieso verloren. So, Pikas scheint auch noch dabei zu sein, gut, dann ist das natürlich ein Spiel mit Schneider-Schwarz-Chance, ist also schon die Frage, hat der Spieler jetzt Pikas-Lusch oder was ganz toll doof gehalten oder hält er jetzt noch irgendwie eine rote Lusche? Ich sag mal, das kann mein Partner hinten mal gucken, welchen roten Vollen er behält oder welche Farbe, ich decke hier mal die Piken ab, ja, und da haben wir es falsch gemacht, hat also geklappt, Schneider-Schwarz, damit hat Spieler 3 ein wenig den Anschluss wieder gefunden, ist ganz knapp aus dem Minus erstmal raus. Und da kommt der nächste Krank, na Halleluja, der bekommt ja jetzt plötzlich super Spiele, wenn wir da noch den Karo mit einbeziehen, den er nicht als Krank gespielt hat mit vier Asse und einen Buben. So, hier hat er die lange Pik-Flotte offenbar, sehr wahrscheinlich natürlich zwei Buben. Okay. Kommt jetzt natürlich drauf an, was noch die Beikarte ist, ich will nochmal hier einmal eine Wimmelung abgreifen und dann kann ich Kreuz 10 spielen. Aber was macht denn mein Partner hier? Null Augen legt er rein, jetzt sind wir allen Ernstes Schneider, genau 30, hat er nicht mal mehr ein Bild, das ist doch nicht vorstellbar. Was hat er gedacht, dass ich jetzt alle Buben habe? Also manchmal, es ist doch ein bisschen merkwürdig, wie unsere Mitspieler da agieren und reagieren. Hier spielt nur einer, das ist Spieler 3, aber der hatte ja auch noch ein bisschen was aufzuholen. Ja, und der spielt auch, ja, einen heißen, eine heiße Kelle, will ich mal sagen. Also Kreuzkönig deutet ja darauf hin, dass der siebte Kreuz bei Spieler 3 ist. Das heißt, der hat mit Ass Doppellusche ganz locker auf die Dame erstmal geschnippelt. Ist natürlich sehr gewagt, weil häufig aus dem Drilling ausgespielt wurde oder blank, aber okay, bleibt hier, sage ich mal, ohne Konsequenz. Kreuz steht tatsächlich 2 zu 2. Und weil der letzte Kreuz natürlich jetzt auch beim Alleinspieler sein muss, sonst hätte Spieler 2 ja nicht den König gelegt, kann ich auch direkt das Karoas reinlegen, dass ich jetzt hier noch zum Überstechen komme. Das war damit auch erledigt. So, nun ist die Karte geklärt, nur noch Herz in der Beikarte. Das dürfte dann die blanke Herz Dame von meinem Partner gewesen sein. Ach nee, Herz Lusche Ass, dann ist der Alleinspieler eben doch noch wieder ein Trumpf stärker, dann ist natürlich jetzt hier schon wieder Feierabend für uns. Ich bin durcheinander, wie ihr gesehen habt, einen Trumpfstich gab es trotz alledem noch. War trotzdem kein leichtes Spiel 63, also ganz knapp gewonnen, diesen einfachen Karo. Gut, kann ich mir nachher nochmal angucken. Jetzt, wie gesagt, muss ich ein bisschen aufs Tempo drücken, denn der Tag besteht ja leider, muss man sagen, nicht nur aus der Skate. Ja, mit Peak hat der Spieler natürlich wieder günstig gewählt. Alles steht artig, Trump steht 3-2, Beikarte scheint auch zu überzeugen. Logischer, dann hat er jetzt natürlich 3 Kreuz dabei. Wir können hier nur noch rauskommen. Und das schaffen wir auch. So, jetzt werde ich hier angepasst im neunten Spiel. Ja, also wenn jemand 18 sagt, dann bin ich natürlich sofort weg, dann mache ich keinen Mucks. Aber jetzt, naja, wenn sich alle verstecken, dann sage ich als Mäuschen mal Piep und Kreuz Bube gefunden. Immerhin, irgendwas musste ja liegen. Ist ja unplausibel, dass alle vier Buben draußen sind und vier volle und keiner 18 hat. Ähm, ja, so richtiges Gedicht ist es immer noch nicht. Also der 4-Trümpfer-Kreuz, der lacht mich an. Dann habe ich eine relativ, dann habe ich eine geschlossene Beikarte. Der 5-Trümpfer-Pick hat halt das Problem, dass sowohl ein Trumpf voller irgendwo gefährdet ist, schon wenn nur 4-Trümpf dagegenstehen, und dass ich noch diese unschöne Kreuz-Lusche-Dame-König-Beikarte habe, von der ich höchstens einen drücken kann, oder wenn ich zwei drücke, dass ich dann noch den Karolusche frei habe. Also ich habe mich dann tatsächlich hier für den Kreuz entschieden, und das ist natürlich klar. Bei 13 im Keller müssen hier die Vollen laufen, auch der Doppelläufer. Das ziehe ich hier also alles direkt hin, und es läuft. 28 und 13 sind 41, plus der Pikstich sind 55. Jetzt spiele ich natürlich keinen Trumpf. Ich habe mich hier von Anfang an darauf eingerichtet, diese drei Vollen müssen laufen, und jetzt kann ich entweder in Karo noch einen Vollen fangen, oder einen Trumpf vollen. Das ist sehr schwer, die jetzt alle an mir vorbeizuschleusen. Wo Spieler 2 natürlich meine Intention erkannt hat, und sofort von hinten mit Trumpf startet. Aber da liegt schon der Trumpf volle, und vor allen Dingen, jetzt fehlt auch nur noch ein Trumpf, das heißt, meine beiden Stehkarten machen auch noch einen Stich, also Herz-Lusche macht einen Stich und Trumpf König. So, da habe ich also auch noch wieder ein kleines gewonnen, und Spieler 3, der so schlecht gestartet war, der ist ja schon richtig davon geeilt, da habe ich zumindest ein wenig den Anschluss wieder hergestellt. Jetzt geht es also auf die Zielgeraden. Ja, aber das ist doch wieder nichts hier. Und Spieler 3, der will hier wirklich alles reißen. Wenn er denn am Anfang nicht ganz so gierig gewesen wäre, vielleicht mal einmal so ein schwaches Ding weggelassen hätte, dann würde er hier stehen wie Gott in Frankreich. Auch hier ist natürlich die Karte schnell wieder geklärt. Auf Karo hat er den blanken Herz weggeworfen, logisch, er kann nur Kreuz haben. Versuchen wir ihn hier nochmal mit 0 Augen zu ködern, damit er meinen Trumpf Ass vielleicht vergisst, oder damit ich da rüber komme, aber das ist natürlich keine Schwierigkeit, wo er selber Kreuz Ass zu dritt hat, da hat er gar keinen günstigen Abwurf. Logisch, dass er sticht und erstmal meinen Trumpf Ass einsammelt. Hm, das ist nichts. Kommt da gleich noch was? Wenigstens kommt jetzt Spieler 2 auch mal ran, der war ja noch gar nicht groß in Action. Irgendwann muss der ja auch mal seinen ersten Mucks machen. Und jetzt spielt er Karo Hand. Und das ist natürlich klar, gerade beim Handspiel, rein was Beine hat. 24 in Peak und nochmal rein was Beine hat. 45. Also das war natürlich ein guter Start. Und naja, ich hätte jetzt natürlich lieber Herz König oder sowas gesehen oder wenigstens Herz bei 45 liegen. Hast du Ass und 10 gesehen? Ja, gerade beim Handspiel sollst du von der Farbe gehen. Da ist natürlich nicht mehr viel zu holen. Selbst Trumpf wäre mir lieber geworden. Ja, denn jetzt kann Spieler 2 tatsächlich ihr seine Herz Lusche abtragen. Also er hat in jeder Farbe eine Lusche dabei gehabt. Einmal sogar eine Dame. Jetzt stehen wir auf 52. Jetzt kann er eigentlich nur noch Trumpf haben. Was soll das sonst für ein Spiel sein? Nur, was nützt das? Selbst wenn eine Kreuz Lusche liegt, ist Kreuz 7 nach. Jetzt vielleicht auch nicht unbedingt klasse, denn... Ja, das muss reichen. Ran und... Was macht denn mein Partner? Ist der Alte jetzt noch im Stock? Wir haben 52 liegen. Da sollte er doch den Pik Buben übernehmen. Aber er tut es nicht. Aber jetzt übernimmt er den Herz Buben. Warum hat denn der Alleinspieler jetzt nicht die Trumpf Lusche gespielt? Also das war ja hier eben ein Endspiel, wo sich jetzt beide nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also Spieler 3 schenkt eigentlich das Spiel hin, weil er erstens nicht die Farbe wechselt auf Herz und zweitens, weil er dann nicht den Pik Buben mitnimmt. Herz zu wechseln, das war ja nicht unbedingt zu erkennen, dass ich erst so ein Zehn habe. Aber den Pik Buben muss er doch jetzt rausnehmen. Wo er nur Kreuz und Karo Buben hat, da kann er doch gar nicht viel mehr bekommen. Und wenn Spieler 2 das sieht, dass er da mit Pik Buben am Stich bleibt, den Karo Buben bekommt, dann sollte er doch Trumpf Lusche spielen, wo die Karte sonst auf 60 stand. Also das war jetzt ein bisschen unglücklich. Nicht ganz filigran, was wir hier gesehen haben. Aber was nützt es, ich kriege 40 Punkte, damit bin ich zufrieden. Ja und jetzt im letzten Spiel irgendwie, ich weiß nicht genau warum, ich habe jetzt hier mal 18 gehalten mit diesem Flockending. Ich wollte es vielleicht Spieler 3 auch nicht immer so leicht machen und jetzt schnell reingegriffen und deswegen habe ich wohl die 18 gehalten, weil mein Bauch gesagt hat, halte, 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 da liegt ein Riese drin, tatsächlich Kreuz, Bube und Karo Ass. Und damit ist es jetzt natürlich ein Gang. 14 Augen im Keller, Buben 22, Kreuz Ass, 10 König. Wenn nicht Kreuz Dame zu viert steht, komme ich automatisch auf 50 plus Karo Ass, 61. Also selbst wenn die Buben in einer Hand stehen, gewinne ich, sofern ich ein Bild mit der Kreuz Dame erwische. Buben sind verteilt, damit dürfte das Spiel gewonnen sein. Obwohl, hier, da sehen wir es, Kreuz Dame steht tatsächlich zu viert bei Spieler 3. Also wenn dann auch noch die Buben zusammenstehen, dann bin ich gegebenenfalls gezwungen, alles von oben zu ziehen und dann kann es sein, dass ich das Spiel tatsächlich verliere. Die Chance war aber ausgesprochen gering und jetzt ist natürlich alles gut. Ich kriege entweder die Kreuz Dame oder ich kann gleich das Pick Ass mir holen. Gut, dann nehme ich die Kreuz Dame gar nicht, dann schnappe ich, halte ich mich nochmal zurück und nehme stattdessen das Pick Ass mit. So, und jetzt muss ich doch nochmal schauen, wie ist es jetzt ausgegangen? Tatsächlich ganz knapp habe ich den wild spielenden Spieler 3 sogar noch überholt. 396, das ist jetzt natürlich wieder ein wunderbares Ergebnis. Diszipliniert 3 zu 0. Naja, diszipliniert, so sieht es aus. Das letzte Spiel war schon ein wenig mit Magenflimmern, aber Magenflimmern sagt man nicht, ne? Herzkammerflimmern. Aber wie auch immer fast 400 Punkte ergänzt zu meiner ersten Serie macht 950 Punkte nach zwei Drittel Serien. Damit bin ich weiterhin sehr gut im Rennen. Jetzt noch eine durchschnittliche 250-300 Punkte Liste am Ende, dann habe ich mein Ziel wohl erreicht. Das schauen wir uns also demnächst an, versprochen. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Dienstag. Bleibt am Ball und wie immer gut bleibt.